Hi, ich bin der Kai und im heutigen Video schauen wir uns einmal an, wie wir es hinbekommen, dass wir ein Kabel auf einer Schaltplanseite platzieren, welches über Abbruchstellen mit einer anderen Klemmleiste verbunden ist und dann auf der Gegenseite, wo wir das Kabel nicht abgesetzt haben, trotz alledem anzeigen lassen, welche Adern auf den Klemmen aufgelegt werden. Und das Ganze natürlich ohne, dass wir damit eine Fehlermeldung erzeugen. Also viel Spaß dabei! Ich habe jetzt hier einfach mal eine Klemmleiste konstruiert und ein Kabel dazwischen gepackt. Über die Abbruchstellen geht das Ganze auf eine andere Seite und wird hier dann wieder auf eine Klemmleiste aufgelegt. Also ein ganz klassisches Schnittstellenkabel, was du zwischen zwei Schaltschränken verlegst. Und jetzt möchten wir auf dieser Seite uns automatisch anzeigen lassen, welcher der Adern hier von dem Kabel auf diese Klemme aufgelegt wird. Also hier bei der Verbindung 1, z.B. die weiße Ader, möchten wir hier automatisch anzeigen lassen. Und das Ganze löse ich über Block-Eigenschaften. Was wir jetzt erst mal machen ist, dass wir uns hier eine Block-Eigenschaft hinzufügen. Dazu gehen wir hier auf Neu. Und was wir hier brauchen, ist das Format der Block-Eigenschaft. Ich habe ja schon verschiedene Videos zu Block-Eigenschaften gemacht. Den Link zur Playlist packe ich dir mal unten in die Videobeschreibung. Als Beispiel suche ich mir jetzt hier einfach mal Block-Eigenschaft Format 5 aus. Natürlich musst du ein bisschen schauen, dass du keine Block-Eigenschaften Doppel verwendest. Hier im Reiter Anzeigen gehe ich jetzt auch direkt her und füge mir hier jetzt die Block-Eigenschaft 5 hinzu. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, können wir jetzt hier unser Format auswählen. Und hier möchten wir jetzt irgendwie dahin kommen, dass wir von dem eingezeichneten Kabel die Verbindung anzeigen lassen. Genauer gesagt die Farbe der Verbindung. Und deswegen gehen wir jetzt erst einmal auf die Abbruchstellenquelle. Damit sind wir ja auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier über den Button Nächste Stufe gehst du dann dorthin. Und dann gehen wir hier auf die Verbindung zwischen XD19.1 und XD20.1. Und genau auf dieser Verbindung liegt ja der Verbindungsdefinitionspunkt. Wenn wir uns den jetzt hier rüberholen, dann siehst du schon hier bei Verbindungsfarbe Nummer, dass hier weiß auch schon angezeigt wird. Das bestätige ich jetzt mit OK. Und jetzt hast du hier oben die Ader weiß bereits als Block-Eigenschaft angezeigt. Das Ganze können wir jetzt hier noch abdocken. Und könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir STRG B drücken. Und das Ganze auch einfach hier unten hinschieben. Und jetzt können wir uns einfach den String hier kopieren. Die Zwischenablage. Gehen auf die anderen Abbruchstellen. Und fügen uns einfach hier das Format ebenso hinzu. Kopieren den ganzen String da rein. Und gehen hier auf Anzeigen. Und lassen uns hier noch die Block-Eigenschaft anzeigen. Klicken auf OK. Nehmen dann hier Format kopieren und zuweisen. Und haben so an dem gesamten Kabel die Verbindung genauso angezeigt wie auf der Gegenstelle. Im nächsten Step wollen wir uns dann auch noch das Betriebsmittelkennzeichen des Kabels holen. Damit wir auch das auf der gegenüberliegenden Seite uns anzeigen lassen können. Also gehen wir hier wieder hin. Und holen uns hier jetzt noch Block-Eigenschaft Format 6 hin. Gehen wieder auf den Drei-Punkte-Knopf. Und ich fange wieder mit der Quelle der Abbruchstelle an. Damit ich einen fixen Definitionspunkt habe. Und dann gehe ich hier auf die Verbindung zwischen der Klemme XT19 und XT20. Und jetzt musst du noch einen kleinen Zwischenpunkt einfügen. Denn hier steht ja schon Verbindungsdefinitionspunkt mit dem Kabel-BMK. Darüber bekommst du aber leider nicht das Betriebsmittelkennzeichen. Sondern wir gehen hier einmal auf die Hauptfunktion. Und jetzt können wir über Funktion Betriebsmittelkennzeichen uns auch das BMK anzeigen lassen. Falls das ein Kabel ist, welches zwischen zwei unterschiedlichen Orten die Klemmleisten verbindet, dann nehmen doch einfach hier das BMK identifizierend. Wir klicken auf OK und OK. Gehen noch auf den Reiter Anzeigen und holen uns hier die Block-Eigenschaft 6. Ich docke die jetzt mal hier ab und mache das Ganze noch um 90 Grad gedreht. Und mit STRG-B kann das Ganze jetzt noch passend schieben und haben dann so auch das Kabel-BMK hier dran. Ja, und so kannst du dir alle möglichen Informationen des Kabels, was auf der gegenüberliegenden Seite ist, ranholen. Das soll es dann auch wieder gewesen sein zum Thema Block-Eigenschaften und Kabel-Anzeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch wie immer einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und falls du noch Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video. ARD Text im Auftrag von Funk